Hallo liebe Leute, Grüß dich zum Witz des Tages von und mit Luca Winter. Heute der Merkelwitz. Moment, jetzt gehen wir mal weiter. Hallo liebe Leute, Grüß dich zum Witz des Tages. Wie passiert jeden Tag? Heute der Merkelwitz und zwar ist er von Zentro, so ein YouTube-Synonym, hat er mir immer YouTube erzählt, aber das schickt mir ein Witz über Facebook, das ist nicht mehr. Und der Merkelwitz, der geht so, ähm, wollte gestern die Merkel anrufen, hab mich verwählt. Wollte gestern die Merkel anrufen, hab mich verwählt. Und Erklärung, wollte gestern die Merkel, das ist die Bundeskanzlerin von Deutschland zur Zeit, und der wollte anrufen und der sagt, er hat sich verwählt. Aber er hat, er meinte, er hat auch die falsche Partei gewählt. Er wollte den nicht wählen, er wollte eine andere Partei wählen. Und dann hat er die CDU gewählt und, äh, hat er sich verwählt, hat er gestern die Merkel anrufen, aber hab mich verwählt. Okay, zack, komm, will abonnieren. Okay, zack. Vielen Dank.